Wir legen gerade 48.000 einzelne Fotos aus, die ein großes Mosaik ergeben und man sieht verschiedene Politiker und Politikerinnen des Deutschen Bundestags, Abgeordnete, die aufgrund ihres Abstimmungsverhaltens und ihren einzelnen Entscheidungen mitverantwortlich dafür sind, dass die Menschenrechte immer wieder tagtäglich an den europäischen Außengrenzen verletzt werden. Wir merken, dass das Thema Migration und Menschenrechte gerade im Wahlkampf komplett unter den Tisch fällt und in zehn Tagen ins Bundestagswahl. Und wir wollen einfach daran an die aktuelle Bundesregierung, aber auch an die zukünftige Bundesregierung appellieren, Menschenrechte endlich als Grundlage ihrer Politik zu nehmen.